Hey ho meine Freunde, meine Freundinnen und willkommen zurück bei Life is Strange. Wir machen jetzt erstmal unser guten Morgen Selfie. Süß. Ich habe eine Art Schilder-Scheid markt an Blackwell last night. Like, es braucht noch einen. Ich möchte etwas gut für meine Schule in Arcadia Bay. Ich kann sogar nicht meine Fotos an zu representieren. Ich einfach nicht wollen sie zu beobachten. Jeder Artikel wird geobachten bevor sie zu beobachten. So Sie müssen eine Fotos an. Even wenn ich die Schule und die Schule in der Stadt, Sie wollen es torch? Komm schon, ich will nicht die Art Schilder-Scheidung zu sehen. I just say shit like that because I've been trying to get out of here since... since you left, basically. If I could find Rachel, then pay Frank off, I'm still leaving to start a whole new life. Wish we could just hang out all morning like we used to. Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon. No, you don't. You're suspended, criminal. Nobody's suspended my homework. If I don't turn it in, the school will contact my folks again. And Max gets in more trouble. Ah, the music is so beautiful. You actually don't want to stand up there. You're welcome. You're welcome. Okay, I need to get dressed now. Ach, that's still time. I don't think I'll be washing today. I love this morning light. It's so peaceful. Wouldn't it be wicked if we could just hang out here forever like one of the kids? Yes, but sadly we're not kids anymore. At least you can date now, right? My dad was terrified of the day I would discover boys. You can count on me to split. So, you never really told me if you had a serious boyfriend while I was away. Not serious. Hella stupid usually. I went through a boy toy phase, among other things. I can't see you with any of the guys around here. Because you have a good eye. That's why I was so glad Rachel came along to rescue me. Sounds like you totally crushed on Rachel. You would have too. Smart, sexy, and sassy. Smart and sexy is smexy. Maybe Rachel would have fought over both of us. You wish. Then again, maybe. You're a photographer and she wants to be a model. Oh, you are. Maybe I should have hidden a closet. No way would I have been suspended. Wow. I remember this old phone. We decorated it together. Lol. Achja. Falls es noch keine Smartphones gab, ne. Put some clothes on first, hillbilly. The fact that she put the photo next to Rachel is so touching. No. Is this a condom? It started all of this. The reason that's all. Glasser. That was my 10th birthday. I didn't know Chloe kept this stuff. I didn't know Chloe kept this stuff. Zzzzzzzzzzzzzz. It's not something I would recommend, but it is one way... Oh, at least we haven't been identified. Yet. I have to go. Especially since Kate's parents aren't going to bury her here. Chloe is so damn cute. She's really trying to suss out what my vision means. I might as well start blazing if I was dumb enough to get suspended for weed. I thought Chloe might put up a pick of me instead. Can't compete with Rachel. Holy shit balls. Frank is scary. I should have let Chloe take that money. No. Oh, music. Okay. Okay. Chloe cosplay. Rachel left a bunch of her clothes with me. She's your size. But not quite my style. Max, you don't have a style yet. At least give it a try. You can always rewind back to your chlorine brand t-shirt and generic jeans. You suck. I like my shirt and jeans. But it would be cool to try on Rachel's clothes. Just to see if they fit. Stop second guessing yourself, Max. Put this on and let your inner punk rock girl come out. You can always take chances. When ever and whatever you want to try. For example. I dare you to kiss me. What? I double dare you. Kiss me now. 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 You tell me so. You tell me so. You're such a dork. Is that funny? You look. I'm done. Tcribe you now. You look amazing. I love it. I love it. Okay I love it. I love it. Oh, younes you need a survivable friend. Not as much as I like. Oh, you look's... Max, ein paar Tats, ein paar Piercings und wir werden noch einen Thrasher aus dir machen. Bereit für den Mosh Pit, Chaka-Bra? Vielleicht nicht. Geh weiter und sag mal Hi an Joyce. Viel Freitag. Ich muss erst wohnen und wohnen. Ich habe mich nicht zu erzählen. Lass uns nicht aufhören und herausfinden, okay? Okilidokilie, dann mal auf, auf und davon. Ich denke, ich habe alles angeguckt. Also, ich hoffe, dass ich alles angeguckt habe. Ich hoffe, dass ich alles angeguckt habe. Ich hoffe, dass ich alles angeguckt habe. Oh mein Gott. Das riecht so großartig. Oh Gott, ich weine gleich. Das ist... Das ist... Oh mein Gott. Das ist mir wirklich... Der Vater von hier... Kommt der auch irgendwie raus? Das ist ja so großartig. Ich habe keine Schmerzen. Das ist so großartig. 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 Ich habe immer auch Angst, dass ich immer wieder so genutzt hatte, wenn Chloe benutzt meine Schmerzen. Das ist so großartig. Why not? Kann ich jetzt... Nee, kann ich leider nicht. Das kann ich noch machen. Okay, das war's. Kann ich sonst noch... Ich kann noch in den Spiegel gucken. Was machen wir jetzt mit dir? Da oben. Tja, dann... Nö. Gut, dann gehen wir mal runter. Ach ja. Aber was mache ich denn jetzt mit dem Vogel? Ach, die habe ich doch schon alle angeguckt. Das sind aber schöne Bilder. Ich schleiche mich von hinten an. Ich bin so ein Erkunderer. Muss jetzt erstmal alles erkunden. Hei, hei. Draußen wird hier rumgeschrien. Na gut. Ich bin so ein Erkund. Oh, ja. Good morning, Joyce. So, this time, you can help me with the ingredients. I need you to grab me the eggs and milk. Eggs and milk? No problemo. Foto wäre jetzt cool, weil... Aber das ist definitiv ein Mann auf der rechten Seite. Und links ein Mädchen mit langen Haaren. Was mache ich mit dem Vogel eigentlich? Weil da rechts oben ist der Vogel eigentlich. Aber wahrscheinlich ist das noch nicht Zeit dafür. Äh, Milch? Und... Was wollen die noch? Eier, glaube ich. Nee, hä? Kein Plan, Mann. Ich hab verdammt nochmal vergessen, was ich noch holen soll. Was zum Geier muss ich nochmal holen? Ich hab's wirklich vergessen. Ich dachte, Eier, aber irgendwie... Wo ist er denn? Ja, wo ist denn der Vogel? Keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich jetzt echt gerne wissen, was ich noch holen muss. Bin ich jetzt blöd? Das gibt's doch nicht. Ach, da! Gut. Ich will den Vogel raus. Keine Ahnung. Ich will den Vogel fotografieren. Ach! Obwohl ich... Ah, jetzt kann ich bestimmt ein Foto von ihm machen. Hoffe ich. Da! Foto! Cool! Oh, wie süß! Ach, du Schande! Nein, ich swing jetzt nicht nochmal. Das ist... Was zum Geier, ey. Das ist doch nicht normal. Ich wettet halt irgendwie der Stiefvater von Chloe was mitzutun. Naja, ich hab mein Foto, ich bin zufrieden. Ich bin so süß. Ich hoffe, dass sie großartig ist. Ich hoffe, dass sie großartig ist, in L.A. Ich würde das auch glauben, Joyce, aber... Wir sind auf der gleiche Seite, Max. Ich hoffe, dass Rachel will show up oder even send a message to Chloe from Hollywood. Oder... Ich bin so süß. Ich bin so süß, Joyce. Ich bin so süß. Ich bin so süß. Es ist nicht so schön, Joyce. Okay, okay. Äh, wird eigentlich... Oh, was? Ich mag Crunchy viel mehr. Ja, und jetzt? Wow. Kann ich irgendwas machen? Ups. Ich will sehen. Mann! 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 Oh, das wird spannend. Das machen wir aber in der nächsten Episode, äh, nicht Episode, im nächsten Part von Life is Strange. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr einen Daumen nach oben geben. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich. Dann bis zur nächsten Folge von Life is Strange. I'd say sunshine for everyone But as far as I can remember I'd say sunshine for you I'd say sunshine for you